also ich was ist so ein Wettbewerb zu überlegen ja ich kann überlegen also vielleicht was sie die Odele gibt es in der Hälfte Video macht dann kann ich die vielleicht machen muss ja von mir geben musste ich Mühe geben ja alles klar nein oa der Jury fattig gekillt um mann Stahlkirche stellvertretend sporen das war die Kuh so komische Sonnenbrille aber geil und so auch Sonnenbrille und Headset und Headset aber du siehst was habt ihr eigentlich alles so für Headset du siehst das wie so ein Irre Sennheiser ja Sennheiser AHH! WUH! oh ich auch kein Fall halt weiß ich nicht irgendjemand hat geschossen und ich wusste nicht wo was für Headset habt ihr eigentlich immer noch Sennheiser ich hab auch Sennheiser auch immer noch Sennheiser ach so deswegen ist die Audio-Quali so toll ja Sennheiser wie teuer war das? ach so das bin 130 oh das war teuer das ist ja ja NEIN! war wieder dieser Jury's ey ich verbanne den verdammte Scheiß glaub der wird im Spiel auch noch so mein Erzfeind werden leil nein oh 80 Schaden in 4 Treffern leil oh jetzt hab ich den oh mein erster AK Kill also überhaupt ja ich spiel an ihm mit der AK aber ich hab's Leben gerettet stand da ja ich hab's noch jetzt muss auch AH ist da jetzt AH jetzt muss ich aber mit der AK spielen aber ich hab nur noch drei Sekunden oh der Russe stand genau gegenüber er wirft sogar seine Waffen weg wo gehen wir hin? P2 50 aus P2 50 ich wusste gar nicht dass er das Spiel hier Koordinaten hat ach ja das sind so die geheimen Koordinaten boah das würde noch fehlen weil es hat schon Kästchen auf er hat aber keine Koordinaten was wär's hm wo geh ich hin ich weiß nicht geh dem dem unbekannten da mit Scheiße boah mit dem Bruck da Kau Scheiße ich geh jetzt hier oh oh alles klar alles klar das hat da werden niemand loih ich hab kein NEIN oooh dieses Nachladen aber ich hab den Smasher gekillt loih 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 da stehen zwei Leute da voreinander loih das war jetzt aber damit hätte ich auch nicht gerechnet ne so hinter der Ecke da irgendwie dem Frieden eine Chance geben den möchte ich auch haben ich möchte auch dem Frieden eine Chance geben das war nicht so das ist ja nicht so wenn du spürst keine Ahnung welcher Queller ja weiß ich dass Deutschlands auch in Syrien ist ja weit waren doch die haben heute abgestimmt ja aber schon ausgewertet ja wir haben gewonnen wo kommen wir zu haben wo das ist um fast komplett für Jahr abgestimmt dadurch haben die eigentlich schon gewonnen die einzigen die dafür gestiegen dagegen war komplett grüne und linke ja UMP regelt ey die CDU macht das auch nur weil die Amis das befohlen stimmt die Amis die befehlen alles der Barrack der 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 Barrack der der Barrack der der Barrack der der mann ich hab den dreimal getroffen ich hab den dreimal getroffen ey jetzt gibt's noch nicht wer macht denn diesen Spagat auf der Couch ich weiss nicht ich glaub das war der vielleicht lässt sich ja jetzt meine These doch belegen nein guck mal wir liegen schon 2-0 hinten ja musst du dich mal anstrengen ne Ja, so meine These, ich glaub, die wird wahr. Das war ich. Ich geh einfach mal in andere Richtung. Das geht schief. Ja, es ging aber, wenn wir gleich in die Richtung gehen, geht das auch schief. Ja, aber in andere Richtung... Hilfe! LOL! Hilfe! Ich hab zwei Leute abgelenkt. Aber die... Ich war's auch nicht gut gekommen, ne? Wo? NO! Ja, ich war grad am Nachladen. UPS! Deine waren spawned. Welcher spawned? Unser spawned. Oh, eine Geiselwitz beschreit, scheiße. Jetzt einfach langsam vor, wir müssen nur die Geiselscheiße retten. Die Geiselscheiße retten? Das ist unser spawned, oder? Du musst nur die Popo von dem retten. Nice. Oh, ich hab einen Stern gekriegt. Ach, schön. Komm schon! Rette sie! Lauf! Lauf! Bewege dich, du Sack! Oh. Das war traurig. Bis? Tim hat am Ende auch geweint. Oh. Tim wurde ganz sentimental. Ja. Sementimental war Tim. Das war aber auch traurig. IG ist a Mercosy. Was ist denn a Mercosy? Alles klar. A Mercosy. Italienisch vielleicht. Der meint den Sarkozy. A Mercosy vielleicht. A Mercosy. Das ist ein neues Antibiotikum. Bestimmt. Los, Björn! Nein! Oh! Komm mir einfach nicht durch, verdammt. Maaan. Hab dich gerecht. Das ist ja teuer. Bin ich der Einzelste, der gestorben ist. Super. Ich sterb auch noch. Pass mal auf. Ja. Ja. Der hat man's tot. Seid einfach mal an dem vorbeigelaufen. Keine Ahnung wie, aber. Ui. Ah! Das war lustig. Tim rette sie, verdammte Scheiße. Ich hol die Geisel. Ihr müsst beide abgeben. Es gibt mehrere. Oh man, jetzt kann ich schon wieder die Geisel bringen. Lustig! Komm schon! Nein! Komm schon! Wir sind im Central Office South Park. Ich war näher dran das letzte Mal. Da muss schon was heißen, ne? Klar. Heißt immer was. Ja, wer jetzt die Runde noch ein bisschen später den letzten tötet, dann schau ich das mal. Schon leid. Bitteschön. I'm not saying that Russians are bad, but my team. Alter, der ist aber rassistisch jetzt. Also. Falsch. Da wären die Russen aber echt angegriffen. Oh, der geht da runter. Alter, der hat einmal geschossen mit einem Notchen. Ah! Was soll denn? Friss das! Der ist hinter uns. Jetzt ist er tot. Oh. Da wurde einer getasert. Alter, dieser... Boah. Hm, Christoph wurde getasert. Getasert. Lalalalala. Und Tim wollte grad einfach erschossen. Ja, weil ich gerade auch nen Ping von 230 hab. Und bis du durch die Gegend gesprungen bist. Tim, hundert Gott. Oh, meine Geisel! Äh, ich wollt' die haben. Oh, ich hab nur noch sieben Leben. Schiezen! Nein, dann hab ich kein Geld mehr. Dann bin ich arm. Weil dann hat die mein ganzes Geld. Das ist ne Geisel. Menschenleben kann man gar nicht bezahlen. Nicht? Oh. Doch, so 5 Euro. Die kosten aber 10.000 Euro. Ein Mann kostet 10.000 Euro. Ich hab grad gesagt, die haben keinen Wert, die sind unbezahlbar. Unbezahlbar, das geht doch nicht. Alles ist bezahlbar. Du musst dafür noch bezahlen, ne? Selbst der Papst kann sich seine Nutten kaufen. Ja, ja, ich bin solch schon damit. Seinem grausamen Leben auf der Erde. Grausam? Wer nicht erlöst. Also, lass das mal Gott hören. Ich glaube, der steckt sich in die Hölle. Der schießt da so lange. Der der mich jetzt getötet hat, da sind zwei! Der 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 da nebengeschossene mit dem Täterteil. Guckst du hinter dir? Guckst du hinter dir? NAH! Oh das war blöd Ey lol ich denk schon Mann Kill den jetzt mal Ich will mein Sternchen abholen Los kill den Der ähm Der war rechts rechts Tim Tim der grüne ist Tim da Tim da Oh Ah alles klar Kill den ich will mein Sternchen haben Der machen 2x NOSCO auf die Geise Genau Könnt ihr mein Sternchen nicht? LOL Tim Mann 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 Rüchte Will Kann die Künfte entgegelt werden nicht da abwalt der Komponente Mönchengladen und Schrott ist allerdings durchdruckt wurde er hätte nicht gemacht die nicht zählen es wusste bei aber es hat er ein Sterne gekriegt man in der Welt wird prüfen hat ein Steppkomm oder er ist der Verwacht geben soll er nicht singen die Verhaltung abgabe ich habe ein weiterer Prozent in der Meldung stellen haben wir es ja muss sich mal anstrengen so ein Jahr ich habe nur zwei wir siehst du das auch nur drei Adventskalender ja echt war ich brauche mehr aber ist das doch weil ich habe mehr Punkte als du das ist auch mehr Punkte als ich ja ich weiß aber ich will sie auch vor der Typ dass ich auf dem Weg die Gegner sehen für jemanden der Dankeschön dass du die ablenkst bitte Lohr was war das der Messertyp er kommt immer von hinten das von der Mongo ach so der hat aus dem Fenster gesprungen da da war was da Tim über dir Lohr ah der ah der schon drei Messer-Kill ist der Typ Mann ich gebe dir jetzt in vier und pass mal auf na ja ne doch nicht da macht sich die sind wohl ist ein Schuss jetzt nur noch wollen der Kindlich von Möse ist und allah Bonnach 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 85 Knapp Das sind zwei Hedges Ja eben Ja eben Ja ne Ich glaub du wirst jetzt sagen der ist ein Hacker Ja Ein Hacker Hackfleischhacken das ist ein Hacker Glaub ich Ah alles klar Pulluck ist gut Ey Pulluck Was ist ein Pulluck Pulle Weil weiß der das Ist das nicht Pullacke Ok es war zu geraten ne aber Ich vermute es Ja ich weiß Schlachtet sie ab LOL Tim rette mich LOL Aua Ist das nicht mehr hinter dir Wollte ihn da drinnen fehlen da war auch einer Oh da ist einer Alter der hat mich gemessen halt ich hatte noch 3 Leben Oh Gott Bin ich jetzt hier alleine? Ne Christopher stirbt nicht Da war aber 2 mit Messer Der ändert ne Schrotflinte ne Oh scheiße Da find ich auch passende war Da rechts war der aber der ist wahrscheinlich nicht mehr Ich geh mal gucken Links gucken Jetzt hast du nicht links geguckt Jetzt guckst du rechts Jetzt guckt Bernd links Bernd guckt weiter links Noch weiter links Oh Aua oh Dann mich erschrocken Rennen 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 Mann who is 6 mauskommen mit dem Messer Rennen 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 Ha Dann der hat ne Pumgun Jetzt fallen lassen. Er ist nicht gesprungen. Zu spät. Was stand da über mich? Da stand irgendwas über mich. Was stand da? Oh. Smasher hat no Headphones. Du auch nicht. Oh, ist das schön. Eine Flasche. Kann auch eine Flasche machen. Alle auf der Map als CT, ne AWP. Finde ich bisschen kacke. Ja, ne? Leute, der Messertyp! Oh, das tut mir leid. Den zweiten Messertyp ist auch tot. Mann, ich wollte den Bomben. Erzähl. Oh, Tim ist da im Gang. Der ist jetzt mitten drin. Der ist wieder im Gang. Der guckt jetzt. Scheiße. Er hat nur fünf Leben. Wir haben das links im Gang. Da. Das den gehört. Ja. Mach 3-6 in Oskop. Oh, da war der. Oh, da ist man. Mann, warum kriegt der nicht die Sterne? Weil ich zwei Leute gekühlt habe. Ich auch. Aber ich habe die vor dir gekühlt. Ah, dann kriegst du den? Hm. Wenn alle fünften Kill machen kriegt der den, als er es gemacht hat. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Gut, er ist gut dick. Spotting wird Geist mit dem Witz. Naipa. Tausende 1.122. Wir müssten eigentlich kurz stehen bleiben, damit der Messertyp nicht ankommen kann. Ja, das glaube ich, haben wir hier nicht. Ja, die waren. Zwei Leute waren bei den anderen. Deswegen ist auch mal eine andere, damit der nicht kommen kann. Wer ist? Wer ist? Nein. Oh. Guck mal. Der Messertyp ist tot. Der Messertyp ist tot. Ja, der andere auch. Also, nee, du hast ihn. Ich habe da irgendwo einen... Anderes Fall. LOL. Na, fick mein Leben. Hä? Wo war der? Wo war der? Wo war der? Oh Gott. Kann jetzt keiner mehr helfen. Oh, der Sandmann ist leicht tot. Nein, tötet nicht den Sandmann. Der arme. Ich bin doch nicht leicht tot. Nee, der macht jetzt zwölf. Wo war der? Hast du gesehen? Ich glaube, Russen mögen Sandmänner nicht. Ich weiß nicht wie. Ich glaube, Russen mögen Sandmänner echt nicht. Wir bleiben jetzt einfach 10 Sekunden am Spawn stehen, dann sind die Messertypen irritiert. Stimmt. Achso, es gibt mehrere Messertypen. Zwei Stück. Achso, oh. Jetzt muss ich aber auch wissen. Joris und so ein Andererat. Ach, Mann. Muss dabei hingehen. Ich hab ne Arme. Dann geh doch hier außen hin. Ja, ich geh doch hier wieder hin. Nein, ich mein hinter dir. Achso. Nein. Ich bin langweilig. Pass mal auf den Messertypen auf. Toys, kommt da keiner mit in den Gang oder was? Oh, der ist einer. Oh, der steht wieder links. Nein. Oh, ich dachte, da passt jemand. Ey, da hat einer getasert. Ja, mich. Oh, geil. Oh. Das hat man voll gehört. Ich mag dieses Geräusch voll. Nice, Tim. Oh, der hat mich einfach angeschossen. Messer den, los. Messer den. Ja. Oh, ich hab nur noch 100 Leben. Messer den. Oh, jetzt. Das haben alle zwei Sterne außer Christopher. Nein. Okay, der andere, der zählt nicht. Das ist schon einer, der... Der ist komisch. Der gehört nicht zu uns. Also, deswegen zählt der nicht. RKD von 2,8. 9,9. 16,8. Einer ist bei euch hier, Christopher. Ich aber nicht. Loll. Tim, pass auf, wir sind da links. Oh, nein, Mann. Ich guck mal vorne. 16,9. Das ist eine Auflösung. Äh, das ist ein Seitenverhältnis. Loll, der kommt da links. Oh, krass, krass. Oh, ich hätte gerade passen. Alles klar, kippt ihr da einfach. Loll. Oh, Mann. Fick mein Leben. Oh. Oh, ich hätte gerade passen. Manchmal steht der ja zugefügter Schaden. Also, ich dachte, der wollte ich tasern. Loll, ich hab den einen getötet. Aber da war noch einer. Oh. Oh. Ja. Der Typ mit der AWP, jo. Ach hoff. Der sollt vielleicht mal die Geisel retten. Ja, könnte er. Ich hab verloren. Nicht unbedingt. Wie kann du das? Wie kann du das, Buruki? Wie kann du das, Buruki? Oh, der Buruki. Der Buruki Kau. Was macht der? Wollte ich nicht. Der guckt zu viel. Guckt nicht so viel Fernsehen, Junge. Oh, der hat kein Ding ins Geisel-Kit. Kein Geisel-Kit. Ich kauf mir immer Geisel-Kit. Dann dauert das drei Sekunden kürzer. Zwei dauert das nur noch. Ach so. Das dauert drei Sekunden kürzer. Ja. Das Deutsch weißt du. Gebrocke. Go, Messer. Nimm ein Messer in der Hand. Los. Boah, jetzt lauf doch. Guck mal, guck mal. Guck mal. Guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal. Oh, da ist er. Oh, da ist er. Oh, er hat es geschafft. Yeah, you did it. You did it. Ich bin stolz auf dich, Typ. Das muss ich wieder an Dora denken. Oh, ich bin immer nur Erster. Warum? Ich dachte, ihr Kind mal, rort mal. So. Wo ging ich? Wo meinst du jetzt, wo ich hingehen soll mit der AWP? Yeah. Hier rein oder was? Ja. Ich glaube, es muss wieder jemand mal vorgehen, damit ich nicht wieder als erstes stehe. Ich komme nämlich immer so aus dem Hinterhalt. Hättest du wohl gerne, ne? Ja. Ah, ist klar. Ich komme dann nicht lieber so aus dem Hinterhalt und dann... Oh Gott! Björn, Hilfe! Achso, du gehst. Okay. Lol. Oh, ich hab nen Taser gehört. Der ist nicht tot mit ner AWP? Ne. Hallo Tim! Ich hab Angst. Hi. Alles klar. Du musst ihn nur merken, wenn du Wodka riechst, dann sind die Russen da. Da musst du auch hinter dir gucken. Achso. Joel, der ist da. Ich werde nen Schroten finden. F*** mein Leben. Der ist fast tot. Ich hab den 73 Schaden gemacht. Wo ist der andere? Äh, der war genau da. Hier. Wenn du jetzt weiter... Okay, jetzt gehst du zurück. Da war der. Schön. Nimm die Geisel! Hä? Also, ich kauf mir immer nen Geiselbefreiungskit. Oh ja. Jetzt hab ich wieder Geld dafür, ne? Äh. Ich hab kein Geld. Tim, kauf mir was. Wer willst du denn haben? Äh. Ein Geisel-Tötungskit. Okay. Ja, ne. M4A1. UMP! UMP. Äh. Warum ich die da? Ja! Der ist aber kein Skin drauf, Tim. Ja, ich hab keins für dich. Wieso schaut uns eigentlich wieder einer zu? Wie? Und schaut einer zu? Oh, ich glaub, äh, ich hab einen Zuschauer von mir. Danke, Christopher. Hey, ich hab's doch geworfen. Ja! Auf mich! Der stand unten, dass ich wie haffe. Ja. Oh. Wenn er unten steht, dass ich dich töte und ich dich dann töte, bist du dann auch zufrieden? Ja, ich glaub schon. Lol, da kennt einer. Alter, das sind so Noobs, ne? Ich hab mal mit der Schruz, in der 3 von uns getötet. Ja. Go, Tim. 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 Der Fmess hatte auch gekippt. Der Fmess hat denn auch gekippt. Tatschruf hinter der Links. Da! Tim. 3,0,1. Tim. Das war ein Gekker. Oh, jetzt zieht mir gleich. Darf ich. Das war die Worte. Sieht. Oh, die wollen von ihnen auch Klieterke, äh, kicken. Da. Was hat er gefragt, manchen Lächtern? Leipzig ist nicht gut mehr stört sie schätzt sich die Hörer wie sagt er ich bin nicht immer so schlecht er ist in der Welt so ich glaube er wollte auch ausreißen aber hat es nicht geschafft jedes Auto ich werde auch nicht alles zwei Schlafen da war eine Granate der ich aufgewichen bin das war meine das war meine Tim hier links ist einer Tim Hilfe oh man oh es gibt nein oh ich hab die Gipfel dort das steht immer noch da pass auf der Juri kommt alles klar ey wo die alle rumcampen das ist so traurig ne der ist da ne der Juri in Gang war der da ist er da ist er dahinter der Füße 6 im Ausgub der einer der Orangene der hatte ich abgeschüttet und ich habe gesehen ja der ist dahinter als gleiche er fahren lassen die hier da war es auch hier da scheiße oh der ist coming da wooo alter was ist das für ein Elm was das ist für ein Elm der ist in die Phase geschossen alter alter der Messer hat ist der du ist er denn ja Tym richtig irgendeinloses Arschloch jetzt hat jeder zwei nee der sagt man nicht ich musste dem das abnehmen der hat nur scheiße gemacht stupid oh stupid es ist schon peinlich dass der jetzt aber auch zwei Sterne hat und du nur einen oh aber ich finde der hat seinen zweiten Stern nicht verdient weil er so scheiß Elm hatte es ist traurig dass du in der letzten Runde so verkackt hast ja jetzt bin ich erster mit dem Rang dass ich dich überholt hab mit dem Rang ist auch traurig okay ist trotzdem erster ja schade ich glaub das muss ich wieder ändern du hast mich eingeholt ja also und ich hab dich kurzzeitig überholt doch ich hab dich gar nicht überholt ich war er jetzt nicht mehr ja jetzt nicht mehr aber ich hatte dich mal überholt Mongeberg hatte Pate wäre ich weiß ja du es angefangen Mongeberg alles klar dieser Typ der wie ist ein Scheiß ne wie sich sie ausgaben wo ist der Taser Typ wo ist der Taser Typ alles klar go Björn go Björn geradeaus ja der geradeaus links mal raus hier ist schon der rechts 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 oh uuuhh so ja ggg 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 idiot Team also bitte einmal alle kurz auf Tim schießen nein dann werdet ihr gekickt da nehm ich jetzt ernst wir sind im South Office Park oh cool wir sind im South Park schön darf man Tim auch von hinten ein Messer mit rechts legt ne das ist dann so gefistetes aber der eine ist dann eine Sniper-Pose da hinten gefistet ja das ist so alles das ist aber dann gefistet mit Messer Björn kennt sich aus gemessen das ist ein bisschen was anderes aber macht ne Björn kann sich aus ach komm gehen wir nicht so der ist da rechts so der eine ist eine Sniper-Pose wo tut was Tim da ist mein zweiter hi genau da genau da hi hallo da kommt nein nein achso da seid ihr ja ey der hat mir der hat mir eine mit äh p2.000 gegeben alles klar oh Scheiße warum schießt so ehrlich gegen die Alter du schießt dir mich noch ein bisschen an äh ihr habt mich angeschossen hab ich zurück ich hab dich nicht angeschossen ja weiß ich doch nicht wer das war ich war das ja ja entschuldige ich noch rechts doch an mir hab ich doch hab ich doch hab ich doch ah der kommt tot ja ich bin wieder erster ah das wollte ich nur schaffen ah das kopf an kopf wenn's aber auch keinem was ne wieso der war so froh oh ey du bist ja goldner war 4 echt äh nicht gerade so ey ich hab dir grad schon gesagt achso oh tut mir aber leid ja muss ich den bürger wohl wieder überholen hm hm wir haben Zeit ich will die Erfolge alle freischauen ja genau hab ich auch mal nachmittag versucht hab ich aber nur 10 Erfolge freigeschalten da kommen welche hoch ne die haben schon die Fenster zu schuss ich hab ein Fenster zu schuss er sind siehst du dass lang die Redezeit mal hat aber der Leon hat es glaube ich geschafft hm ich will das in Rocket League das zwei Stück oh das war nur ich will auch passen ich will doch nicht hingehen der eine ist glaube ich doch wieder runtergegangen wo der eine ist doch noch rechts hm ich weiß es nicht oh sorry ich hab ja nicht alles hm ich geh mal da lieblich ach du scheiße was wie sind da so viele wie die sind alle outside ja ich hab grad die Position gefunden wo sich die Messertypen sammeln ach so genau da ah ich hab den ersten Platz verteidigt aber Christopher holt auf also da muss man vielleicht aufpassen dass man den nicht an den verliebt du gönnst aber echt niemanden wat hier ne nein ich will nur endlich wieder aufsteigen oh du bist doch vorhin erst aufgestiegen ja aber ich will hier Goldnova 4 sein dann kriegen wir vielleicht mal bessere Heap na könnte das so sein dritte Weltproblem hier klar man braucht oh nein ich seh nix ja der Juris ist tot wo kommen die von oh lol der hat mich zufrieden getötet der kommt von links nein oh ich hab den zwei Schaden wo links der hinter dir hinter dir ich weiß nicht mal wo der ist ich weiß nicht mal wo der ist ich glaube es sogar sind könnte sein es wird reißen ja alles wieder frei da ja ja Lappen will ich bin da klar war mehr dran also hau hau so muss ich ankündigen entscheidungsrunde entscheidungsrunde auch ich kann keine Negev kaufen oh du armer he taken neben dem Hostage ich kann Tim kauft jetzt ne Negev nein das ist entscheidungsrunde dann kauf mir ne Negev oh Pech für eure Negevs ich hab jetzt auch eine alt aber ich geb dir ja dann kauf ich mir die schon selber wenn ich ne Negev habe was hast du denn erwartet ja erst dass sie gar keine Negev kauft nein oh das hab ich gar keinen gekillt das kann Tim aber schön aufholen oh 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 Tim hä ich dachte du sollst nochmal ja ich bin wir oh ich bin Gott nochmal Meister endlich oh so jetzt könnt ihr oh der so nice skin hu so Ziel erreicht ich hab nur ich hab einfach mal nur 4 und 8 mit der so war eine tolle Runde o